Der Kampf im Mittelgebiet lasse bis 75 Kilogramm. In der roten Ecke für Frankfurt-Barco Grund und in der blauen Ecke für den Märkischen Bordstätten haben, Raimund Beilinger, Ringfrei, Runde 1. Der Kampf im Mittelgebiet. 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 Bitte bitte! Ob! Ja genau. Bitte, Sie haben raus, Herr Wolf! Ja! Auf! Bleibt beschlossen! Weg von ihm! Dann ist er hoch! Reck! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ringfrei, Runde 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aufmachung, auf! Aufmachung, auf! Aufmachung! 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 Aufmachung, auf! Aufmachung! Aufmachung! Die Stimme, die Stimme, die Stimme! BANKE RECHTE Der ist ein Platz! Gibt es zwei, drei! Der ist ein Platz! Damm mest. Das ist ein Platz! Damm mest! Zwei, zwei, drei! Da weiß ich, zwei, drei! Damm kommt! Schlecht! 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 Auf, auf! Jan! Weiterhin! Weitere Anwesen! Fangen wir wieder ran! Fangen wir ran! Fangen wir an! Hint er laut! Hint er laut! Hint er laut! Kommt vier, Marco! Kommt vier, doch! Kommt alles jetzt! Letzte Minuten! Mach die Marco! Bleib in den Augen! Schiff den ab! Letzte Minute! Kommt alles! Noch drei Minuten! Hint er laut! Kommt jetzt! Kommt jetzt! Kommt jetzt! Komm jetzt! Komm jetzt! So wie man das Fittig ist, aufhören! Ja, du kannst es! Ja, du kannst es! Ja, und da! Wir wollen die Fittigke! Sie wollen die Fittigke! Ja! Wir wollen die Fittigke! Wir wollen das Fittigke! Wir wollen die Fittigke! Wir wollen die Fittigke! Ja, alle! 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 Applaus Und hier das Ergebnis des Dampfes im Mittelgewicht. Der Sieger kommt aus der Blauen Ecke. Ramon, immerhin heran.